wir lernen alle ins feuer packen ich habe fünf stücke das habe ich acht stück da kommen wir ja wir müssen raus wir müssen raus raus rennen und links runter berg der typ ist raus und rechts ich bin raus kann und links runter typ mit waffe okay dass uns runter rennen und dann rechts berg lang wir sollten hier aber im berg bleiben ja ich sehe ihn der ist von mir er läuft die berg runter ok er läuft hier und wie lange gelaufen sind da läuft er lang ja ich sehen leute schießt nicht auf die distance ihr vergoldet nur muni wer schießt denn auf mich alter hat keiner gesehen ich dachte du schießt die ganze zeit okay wo ist denn jetzt wo ist er der ist an ist runtergelaufen ich habe wieder auch nicht ab und zu den lusen und am weit und am weit ich habe ein zombie aber was ist das jetzt hier ich habe so einen waffen back ich habe die waffe genommen von dem wir erschossen habe ja 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 die haben alle back ist endlich wie schiebe ich damit ich bin auf dem berg ja ich auch der typ an der straße ok ich habe keine muni mehr ich habe mich hier zum schießen gute mädchen liegt da auf zählt er ist neben mir auch am werk ich lauf weg wo ich lauf runter er läuft mir wahrscheinlich daher oh ich brauche hilfe olimo der ist jetzt nach oh 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 hilf mir einfach hier war ich nicht nicht da ist das nice holy shit um und er netten ist ja heute nur warten und ob du da hast ist frei ob mit zombies hießt und so Ja, ist frei. Keine Zombies? Nope. Okay. Gut. Das. Hausarmonie. Oh. Da schießt einer auf mich. Dennis! Wo bist du denn? Wer bist du denn? Ja, wie? Was bin ich denn? Ich bin hier an dem Tümpel. Ich bin tot, Alter. Oh, das sind, oh, das sind ja zwei. Ich dachte, du hast geguckt. Alter, Dennis, ich hab geguckt, der war kein Zombie und nichts unten. Nun bin ich erstmal weggerannt und habe probiert, ein bisschen die Lage zu checken, ein bisschen zu beobachten, ob ich den wieder sehe. Nach drei Minuten habe ich ihn dann nicht mehr gesehen und habe mich dann entschieden, wieder langsam mich der Leiche von Wimberle zu nähern. Oh, hier ist jemand. Holy shit. Nachdem ich dann knapp dem Tod entkommen bin, habe ich mich entschieden, über das Militärcamp nochmal zu gehen, um ihn zu flankieren, um nochmal anzugreifen. Oh, da laufen auch noch zwei weitere Spiele in Richtung Zähle. An diesem Punkt wurde mir die Sache zu heiß und ich bin abgehauen, um noch das Loot zu saven. Habe mich dann mit Wimberle wieder getroffen und in Pogorevka ging es dann weiter. Hallo? 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 Are you friendly? Or not? Hallo? Hallo, friendly? Ja, you too? Or not? Yo, hallo, can you hear me? Ja, I hear you. Oh, is that Dennis? Yes, I'm friendly. Oh, okay. Can you show yourself on the window without a weapon that I can trust you? Um, I don't know, man. I don't know if I can trust you guys. Okay, then only stay in the building and don't come out. Then we don't have problems, okay? If we don't can trust each other. You don't shoot on us and we don't shoot on you. Just stay in your building. Okay. Der ist hier beim Grün, wo man auch das Wasser angucken kann. Was für ein Grün-Haus. Er kommt raus. Hello. Ja. Was macht er denn? Er hat auch rausgekommen. Hello. Dude. Rinder weg. Hello. Friendly. You break our deal. I told you not to come out. I can't hear you, man. I'm friendly. You don't hear me? Wait. Hast du noch dieses Vitamin-Dinger? Nee, komm. Back. Okay. Goodbye. Nachdem wir uns in der Stadt Pogrevka von dem Typen verabschiedet haben, ging jeder seine Wege. Aber unsere Wege kreuzen sich wieder in der nächsten Stadt Rogowu, wo wir ihn schon wieder gesehen haben. Ja. Hörst du mich? Hörst du mich? Hör mal, komm mal zurück. Du musst reden. Ich kann nicht reden. Er sagt, sei deutsch. Sag mal ja. Ja, ja. Wir sind deutsch, ja. Ah, das hört man. Aber die habt ihr es aber nicht gehört. Ja, dann lass uns mal abhauen. Ich hab dir schon alles abgesucht. Ich war eigentlich nur auf der Suche nach ein bisschen was zu essen. Ja, ja, wir suchen auch eigentlich nur Essen. Aber hier ist nichts. Wir werden weiterziehen, ne? Ja, alles klar. Bis dann. Viel Spaß. Nachdem wir uns auch in Rogowu von dem Typen verabschiedet haben, sind wir Richtung Novi gegangen und wollten südlich ins Military Camp. Alter, du bist ja schon ganz schön. Hoi. Hast du immer noch nichts zu essen? Hast du immer noch nichts zu essen? Nee. Ey, warte. Ich geb dir mal einen Riegel. Nach Starizobo sieht das hier aber nicht aus, sag mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Sag mal, nach Starizobo sieht das hier nicht aus. Warst du schon in Novi? Nee. Ich wurde gerade noch angeschlossen. Ach so. Hat er gefeiert in Aiden Stari? Frag mal. In Stari oder wo wurde auf dich geschossen? Ja, auf dem Weg dahin, kurz davor im Wald. Ja, die Schüsse kamen eben aus, äh, ja genau, genau, kurz vor Starizobo. Das haben wir gehört. Ja, an seiner Stelle will ich nach Novi weiter rein. Mach mal da hinten so. Komm mit. Warte mal, wir können fischen. Ja, haben wir ne Angel? Ja, ich geb ihm alles. Warte mal. Er soll fischen. Ja. Ah ne, ich kann ja wieder nicht mit ihm reden. Du musst du kommen und übersetzen. Oh. Ist er denn da? Ja. Hörst du mich? Hallo, hallo, hörst du mich? Er hört mich nicht. Wo bist du denn? Ja, wieder am See. Guck mal her. Am See. Können wir nicht fischen? Ja, er hat gerade dieselbe Idee gehabt. Wir können angeln hier. Hattest du alles zum Angeln? Nee, leider nicht. Ja, wir haben alles zum Angeln. Er soll angeln. Guck dir einmal, wie ich aussehe. Hier ist ein Feuer. Ja, da wollte er ein Feuer machen. Ist ja irgendwo der Niel. Ist er? Nee, das wirst du nicht. Ja, okay. Hat keine Streichhölzer, oder was? Ja, wo ist er denn jetzt hin, Mann? Wo bist du? Aber wenn er loodelt, warum haben wir ihn nicht gesehen? Ich bin doch eben hier noch vorbeigegangen. Da war ja kein Feuer. Ist er jetzt hier? Oh, er liegt doch hier, Dennis S. tot. Was? Oh. Soll. Er hat sogar einen Fisch. Zwei. Warum hat er denn nichts gesagt, dass es so dringend ist? Ja, der hat er doch. Der humpelt es schon. Achso, ich dachte, das ist... Oh, Mann, oh. Oh, da liegt ein Toter. 80 wäre perfekt. Toter Zombie liegt da. Weil hier ein toter Zombie liegt. Da ein Ding spawnt. Dann ist doch einer von gerade an uns vorbeigelatscht. Ich weiß, wie lange das her ist. Oh, was? Ach, nee, der ist ja gerade reingespawnt. Der ist gerade wieder reingespawnt. Nee. Ach nee, das sind Zombies. Komm, das ist zurück. Die Zombies sind durch uns gekommen. Das heißt, entweder rennt der Typ jetzt im Militärium rum, wo wir gerade waren, oder er ist diese Straße weiter nach Westen gerannt. Ich meine, jetzt den Wald zurück gleich irgendwie eben. Ja, genau, genau, genau. Dann würde ich da rumluten, das würde ich eher sagen. Dann lass ich mal wieder so nach Kuschel irgendwie gehen. Ah, ich sehe ihn. Ja, hat er recht. Und, Herr Schiff? Die hat aber eine Pistole, hat aber eine MK2. Hat Zombies gemacht. Soll ich dem PU-Skrupp schenken? Mir eins schenken, oder ihm? Warum? Oder nicht. Versteck mich wieder. Geh jetzt weiter. Er rennt weiter. Jetzt rennt er hoch. In zwei, oder? Echt? Echt? Der hat einen weißen Backpack auf. Ja, sind zwei. Nicht bewegen, nicht bewegen. Okay. Sein Kumpel hat nicht viel, aber eine MK2. Der andere hat was dickeres. Und die haben, ich mach mal meine Waffe wieder weg. Und die haben, ähm, die haben Waffen. Na dann, kommst du bitte? Holen. Ja, weiter rennen. Ja, na. Sonst war es nämlich leicht, wo bist du? Und hier war die Wettbewerbscheid. Also, jetzt ist die Frage, wo rennen wir hin? Ihr werdet da immer nach oben. Ja, ja. Okay. Schau an. Oder? Die Flut. Die können wir überfeiern. So. Das ist jetzt in den Typen, der einer hat eine MK2, der andere hat das. Reden mal in ganzem Setzen jetzt. Was ist los? Ich habe Dotspritzen sehen. Ach, die Ballern. Ja. Ah, okay. Aber die haben ein Zombie geschlachtet, glaube ich. Und dann Steps im Wald, oder? Was wirst du? Die erinnung mich. Okay, renn weg. Scheiße, vor Hilfe. Vor Hilfe. Ja. Und wo bist du denn? Ich renne unter dem Wald, rein zu den anderen Spielern. Ich bin jetzt unter dem Wald, wenn die Waffe kämpft. Ja, renn einfach weiter. Wir waren zu weit auseinander. Das war wieder nicht so gut. Renn weiter, renn weiter. Und renn dann die Baumreihe nach links weg. Ich renne die Baumreihe gerade lang. Ja, genau. Ich glaube, ich sehe dich. Ich muss dich verwenden. Och, okay. Ich glaube, du schaffst es nicht. Ich kriege keinen... Nichts. Fuck. Ich hab mich gehauen. Verhaut mich, ich bin tot. Ja, renn doch weg. Ich hätte mich ja auch nicht verbrannt. Ich kann... Ich sehe dich nicht so gut. Ich bin tot, Mann. Ja. Wir waren zu weit auseinander. Ja. Waren das unsere Kumpels? Ne, die waren ja auf der anderen Seite. Nein. Bitte? Das war ein anderer. Wenn du... Räume da vorhört. ein habe ich ja ich dachte ich darf nur schön wieso ich habe nur ein guter wer weiß was sie mitgenommen haben ich brauch verstärkung wenn du übrigens nix ich brauchte ich immer hier dalien bitte dalien habe ihn denn schuss gehört sehr gut noch zum schuss wirklich dringend verstärkung der typ war doof ich habe mich als cr5 27 oder so angeehmt und ist dann immer gleich gegangen also entweder kannte er den spot nicht oder er dachte vielleicht bin ich da weil ich war ja an lange zeit weg und ich nämlich sehr leicht drin vor diesem turm oder so fabian da ist dieses wachtturm ding der muss schon in der nähe gewesen sein weil wir ja auch den den zeit ist schuss gut gehört haben sehen er finden im wahl hinten rechts der wo ist aber flink du ich bin letztlich von euch diese müllhaufen sind so verschieden dicke steine genau mit rohren und du bist immer noch bei der leiche in dem man auch in ihrer im kreis hin und her bei mir bei mir bei ist tot der typ ist tot ja ja ich komme zu dir don't move bin tot fabian konnte ihn gott sei dank noch finischen weshalb ich dann auch mein loot wieder gekriegt habe ja leute ich hoffe es hat euch gefallen lasst gerne einen daumen hoch da oder wenn ihr kritik zu äußern habt gerne einen negativen kommentar damit ich mich verbessern kann und wir sehen uns im nächsten video